So meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Part von SPORT Ich hoffe, dass es einfach hier weiter geht Wir können aber auch nochmal... Ah, das sind alles Ordner, dann öffnet sich irgendein Scheiß Was hier aber noch unter Games passiert Tree Dude Einfach mal gucken, was so ist Das ist Tree Dude Ich muss starten... Hä? Ach so! Ist ja blöd Okay, macht mir keinen Spaß Und was haben wir hier? Schügel Neue SMS Du musst das Game aussehen Ja Äh... Ich will... Du willst... Es heißt... Ja, ja, ja Legal Crack Das ist Crack No Legal Ich weiß nicht Du versuchst, ist sehr lustig Ich muss die ganze Zeit drücken Okay, ich will versuchen, was zu tun Ich sende Files Awesome Äh... Download Complete Also, dass wir uns einfach auch mal ein bisschen hier das alles, das andere angucken Tippen Enter World 13 on Pay Wollen die mich verarschen? Ah! Gut! Habe ich gewusst Wie das war's? Das ist jetzt doch nicht deren Ernst Ihr wisst ja was, wir gucken einfach mal, was das Wort ist Ähm... Superhot Cheryl Nein, nicht super hart Oh... Ja, ja, ja Drauf drücken Enter 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 So... Das kann nicht das ganze Spiel sein, oder? Es ist einfach nur verarscht, wie es früher ablief So... So... ... L... ... ... ... ... ... ... Niemand kann die Exe öffnen bis jetzt Jetzt bin ich grad beim Reddit ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hier ist ein... Ist es egal, was man eintippt? Unregisteriert... ... Äh, ich glaub das geht nicht Na, gucken was hier steht Ich, ich, äh, kleinen Moment noch Ich Ähm Der Code sollte eigentlich Zwei Ne, das funktioniert nicht, das ist scheiße hier Okay, wisst ihr was, wir Weiter bei Superhot Alles andere ist der Latte Das kann ja nur nicht alles gewesen sein Falsche Richtung, okay Okay, alles klar Gib mir deine Waffe Aber das war's schon, okay Was es mit diesem komischen Spiel auf sich hat Ich weiß es nicht Ich werde daraus nicht schlau Ich glaube, das ist einfach nur verarscht So wie es früher war Einfach so als Als, als Gedanken daran Huch, jetzt haben wir wieder hier so'n Glitch Hack Unberechtigter Zugriff Ja, cool Gib mir mehr davon Superhot Was hast du erwartet Also, die Art und Weise, wie das Spiel, äh, präsentiert wird, gefällt mir gut Na, sieh an, wer wieder da ist Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen Hast du die ganze Zeit gespielt? Hab total die Zeit vergessen Kenn ich Ging mir erst auch so Ich konnte nicht aufhören Naja Ich hab's mir ein bisschen cooler vorgestellt bis jetzt Irgendwie total schräg Keine Geschichte Kein Hintergrund Einfach nur rote Typen abschlagen Äh, ja Das wirkt am Anfang so Aber Irgendwann passiert was Ich will nicht spoilern Aber macht jetzt wohl auch keinen Unterschied Die haben Level hinzugefügt, aber Die sind passwortgeschützt Echt, das ist ja scheiße Total Ich schick's dir trotzdem Wenn du das Passwort rauskriegst Sag Bescheid Äh, kleinen Moment Der Chris hat geschrieben Ja, bin ich Nehme Aber Gerade Auf Superhot Aktualisiert Passwortgeschützt Vielleicht findet man ja die Passwörter im Rahmen der Level raus Oder sowas Passwort eingeben Zugriff verweigert Zugriff erteilt Okay, also ich bin drinne Okay Äh, ja cool Alter, voll der Absturz Okay, also hier rum Dann gibt's wieder den kleinen Absturz Oh, leck mich Hurenkind Ich warte einfach bis der kommt Okay, das ist auch der falsche Weg Man kann sich aber nicht bücken Wo kommt der? Ja. Ich bin dann so voll konzentriert, es tut mir leid, dass ich nichts sage, aber es ist sowieso besser, wenn ich meine Fresse halte, warte! Superhot! 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 Ah, das hier, das war ärgerlich, das Ende. Das war so unnötig. Jetzt bin ich hier wieder. Bist du einer von ihnen? Die Sicherheitslücke wird identifizieren. Wir sehen dich. Whatever. Da oben ist irgendwas gewesen, oder? Alter, man wird richtig blöde durch dieses Spiel. We can see you. Ich will spielen. Scheiß Passwort. Das ist was total Schräges abgegangen. Ich glaube, ich habe mich gerade selbst im Spiel gesehen. Das sah zwar nicht wie mein Zimmer aus, aber ich wusste, es war meins. Wie im Traum. Ich bin drin, aber du willst das Passwort. Nicht, das Spiel ist krank. Das war es schon von Anfang an. Na komm schon. Ich habe dich erst dazu gebracht. Du schuldest mir was. Das habe ich nicht geschrieben. Du spielst wohl zu viel. Ey Mann, echt jetzt? Was soll das? Ich glaube, keiner von uns sollte das spielen. Ja, laber du mal. Egal, ich bin durch mit dir. Keine Nachricht. Aber Superhot wurde aktualisiert. Okay, es wird langsam doch spannend, was diese Story angeht. Vielleicht macht das alles dann doch irgendwann mal Sinn. Die Grundlagen. Warte auf das Signal. Okay, ich darf mich nicht bewegen. Gehen. Bleib in Bewegung. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Gut. Gut. Steh still. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Braver, Junge. Superhot. Was soll das denn jetzt? Die wollen mir unterschwellig irgendwelche Nachrichten in den Kopf pflanzen. Du hast nichts zu melden. Was soll das? Mach ich einen Flügel. Tschüssi. Ich springe hier einfach mal hinterher. Ich habe euch tot, oder was? Oh, fuck. Okay, das habe ich nicht so ganz gecheckt. Ich sprach. Das war's. Das Spiel kostet übrigens der Zeit immer noch irgendwas um die 22 Euro, das Early Access-Kram. Ich hab's günstiger gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. Bei mir fiel halt der Grundgedanke. Und jetzt gerade mit der Geschichte wird's auch immer interessanter. Hallo. Insider. Ich weiß gar nicht. Ja, ne? Pen up! Oh, fuck you! Schon wieder der gleiche! Oh! Oh! Fuck you! ... Irgendwie ändert sich das, kann das sein? Oh, hello, Argomon! Hello! Ich nehme gerade ein Let's Play auf! Ah, das ist doch toll! Von Superhot! Na dann! Ich meld mich gleich bei dir, wenn ich ruhig bin! Jo! Außer du willst kommentieren! Ach, ich bleib hier und hör dir zu! Oh, weil ich so eine schöne Stimme habe! Ja, genau, deswegen! So, diesmal habe ich so einen Wichser hier! Das ist, äh, kennst du das Spiel, Argomon? Äh, jaja, kenn ich! Das, das, das wird immer kranker! Oh, oh, oh! Oh, fuck! Ey, das ist so bockschwer! Ja! Alter, das kann nicht wahr sein. Suck. Fick dich doch, Junge! Rrrrrr! Das war's. Hier kommt jetzt keiner, komisch. Wie soll ich das denn machen, verfickt, wenn ich mich nicht bücken kann? Wie soll ich das denn machen? Das kann echt nicht wahr sein, Leute. Dieses Level werden wir ja jetzt wohl noch packen. Der Anfang ist klar. Hä, von wo kam der denn jetzt? Das ändert sich immer wieder. Bin ich blöd? Nur die ersten drei sind irgendwie klar. Ja. 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 Von da drüben. Man kann wieder nicht durchschießen. Ja. 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 Ich verstehe es nicht. Du hast dir nichts verloren. Weil er gesagt hat, braver Junge. Solange nichts von hinten kommt. Du Fotzenkneelch. Zack. Knack, knack, knack. So, warten wir mal, bis sie wieder um die Ecke kommen. Die haben sich gegenseitig gekillt. Wohin geht's. Zitze. Oh, das ist sehr gut. Ich bin wieder. Jetzt reinkilla. Und dann? Ich bin wieder. Du hast nicht gehört. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Da habe ich mich jetzt mal durchgeprügelt, dann Kopp ab. Schwert geschmissen. Jetzt muss irgendwann einer von hinten den erwischt haben. Da habe ich keinen getroffen, aber dieses in den Ecken verstecken ist ja auch peinlich. Super. Oh man. Super. Hot. Super. Nee, so klappt das nicht. Wie soll ich das machen? Okay, den gar nicht. Also wir bleiben bei dem da drüben. Den boxe ich als erstes, dann boxe ich den. Nee, dann bin ich da auch im Arsch. Das klappt so nicht. Oh leck mich doch. Super. Ha! Das war aber... Super. Duft. 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 Duft.